Nachdenkseiten Die kritische Website Zum Heulen Wie die Kindergrundsicherung schon jetzt zerkleinert wird Von Ralf Wurzbacher Das zentrale sozialpolitische Projekt der Bundesregierung wird schon im Stadium der Anbahnung parteipolitisch so zerrieben, dass am Ende bestenfalls eine halbe Sache dabei herausspringen wird Mit der FDP unter Parteichef und Finanzminister Lindner ist die Kindergrundsicherung nur billig zu haben bei einem Maximum an digitalem Firlefanz Grünen Familienministerin Paus gibt die wackere Vorkämpferin sozialer Gerechtigkeit und für die SPD-Frontfrau Esken hat sich eine wesentliche Erhöhung der Leistungen schon erledigt Und der Bundeskanzler sagt gar nichts Dabei wäre das Instrument, sofern richtig gemacht, ein echter Fortschritt Dass es überhaupt kommt, erscheint längst nicht ausgemacht Ja, es gibt es wirklich Ein Vorhaben, für das die Ampelparteien zu loben sind beziehungsweise wären, so es denn am Ende umgesetzt würde Aber noch wabert eher der Konjunktiv über dem, was die hauptzuständige Bundesfamilienministerin Lisa Paus-Grüne das zentrale sozialpolitische Projekt der Bundesregierung nennt Die sogenannte Kindergrundsicherung Diese könnte tatsächlich das Zeug zu einem Neustart der Familienförderung haben Wie im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP geschrieben steht Und weiter Das Instrument werde bisherige finanzielle Unterstützungen in einer einfachen, automatisiert berechneten und ausgezahlten Förderleistung bündeln und ohne bürokratische Hürden direkt bei den Kindern ankommen und ihr neu zu definierendes soziokulturelles Existenzminimum sichern Gewiss, ein guter Vorsatz Gäbe es da nicht diese Ungewissheit in Gestalt der Freien Demokratischen Partei Deren Vorsitzender Christian Lindner nimmt sich nämlich als amtierender Bundesfinanzminister seit Monaten die Freiheit, die Pläne seiner grünen Ministerkollegen zu durchkreuzen Ihm sei das Ganze zu kostspielig, lässt er zu jeder Gelegenheit verlauten wenngleich der Ansatz vom Prinzip her freilich zu begrüßen sei Ob das mal so aufrichtig ist? Bekanntlich sind die Liberalen ja für vieles zu haben Für Steuererleichterungen, zum Wohle der Unternehmerschaft Für weniger Regulierung, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung Ja auch für Aufrüstung, Kriegstreiberei, US-Fracking-Gas und noch mehr Autos und Autobahnen Aber für ein sozialpolitisches Rundumpaket mit dem Anspruch das Los der hierzulande massenhaft in Armut lebenden Kinder und Jugendlichen zu erleichtern Zweifel sind angebracht 70% lösen Ansprüche nicht ein Tatsächlich gilt jeder fünfte Heranwachsende in Deutschland als armutsgefährdet Was unbeschönigt heißt, die Betroffenen leiden Not Wirtschaftlich und, besonders folgenschwer, in puncto Bildungsteilhabe Womit sich ihre Chancenlosigkeit in der Regel verstetigt Das liegt zuvorderst an einem kapitalistischen System, das beträchtliche Teile der Gesellschaft zum Vorteil seiner Profiteure vom Wohlstand ausschließt Aber auch an einem Sozialsystem, das den sozialen Unwuchten nur unzureichend beikommt Die geplante Kindergrundsicherung würde die vielfältigen Problemlagen nicht lösen Aber könnte immerhin Abhilfe dabei schaffen, den Lebensweg von Kindern ein Stück unabhängiger zu machen von der ökonomischen Benachteiligung ihres Elternhauses Natürlich bedürfte es dafür in der Gesamtheit deutlich mehr Geld In einem Umfang, der wirklich zur vollen Teilhabe an der Gesellschaft beiträgt in dem zum Beispiel kein Kind ausgesondert wird weil es sich die Teilnahme an schulischen Aktivitäten wie Exkursionen oder Klassenfahrten nicht leisten kann Genau darauf zielen auch schon bestehende staatliche Transfers Allerdings nehmen viele dieser Angebote nicht wahr Sei es aus Scham vor sozialer Ächtung oder schlicht aus Unwissenheit Nach Pausangaben nehmen heute bis zu 70% aller Familien die einen Anspruch auf Leistungen haben, diesen nicht wahr Staatliche Servicepflicht Hier setzt die Kindergrundsicherung an Sie soll alle vorhandenen Sozialleistungen für Kinder zusammenfassen wovon es eine ganze Menge gibt Kindergeld, Kinderzuschlag, Leistungen zur Bildung und Teilhabe Mutter- und Kindhilfen, Unterhaltsvorschuss, steuerliche Entlastungen Mutterschaftsgeld, Pflegeunterstützungsgeld, Elterngeld Das seien so viele, dass laut Paus selbst Expertinnen und Experten nicht mehr durchblicken Die wichtigste Neuerung neben deren Bündelung soll nun darin bestehen die bisherige Hohlschuld der Eltern durch eine Bringschuld oder Servicepflicht des Staates abzulösen Dafür will die Ministerin ein digitales Kindergrundsicherungsportal sowie den automatisierten und regelmäßigen Kindergrundsicherungscheck schaffen Das System hält quasi Aufsicht über den Kreis der Betroffenen und schlägt Alarm sofern Ansprüche nicht geltend gemacht werden Damit erreiche es alle Familienkonstellationen auch die Mittelschicht So Paus Denn in eine finanzielle Schieflage zu geraten könne jeden treffen, etwa im Falle einer Trennung wodurch häufig gerade Frauen in Schwierigkeiten kämen Ob man für all das einen digitalen Wachhund von der Leine lassen muss, sei dahingestellt Allein der Aufbau der Technik dürfte reichlich Steuermittel, Energien, Zeit und Nervenkosten wie in anderen Bereichen bewiesen Zum Beispiel hatte es seinerzeit Monate gedauert ein Portal zur Beantragung von Überbrückungshilfen für Studierende zu installieren die während der Corona-Krise ihren Job verloren hatten Dasselbe Trauerspiel wiederholte sich beim Aufbau einer Plattform über die Hochschüler an eine 200 Euro Energiepauschale gelangen können Auch hier sollten sich die Antragsteller digital nackig machen und einen Ladenhüter namens BUNDID zwangsweise zu bislang ungeahnten Nutzerzahlen pushen Erst später stellte sich heraus man hätte auch ohne den digitalen Striptease zu seinem Geld kommen können Die Neigung unter ausnahmslos allen Regierenden umfassende E-Government-Strukturen zu etablieren dürfte einer der Gründe dafür sein, dass es auch mit der Kindergrundsicherung nur schleppend vorangeht Obwohl Paus schon weit über ein Jahr Zeit hatte, die Dinge ins Rollen zu bringen soll der Startschuss erst 2025 erfolgen Im Herbst desselben Jahres wird der Bundestag neu gewählt Die Sache könnte also ziemlich knapp werden Klar stellt es einen bürokratischen Kraftakt dar eine Vielzahl an staatlichen Leistungen unter einen Hut zu bringen Noch dazu, wenn die Zuständigkeiten unterschiedlichster Ministerien berührt sind Gleichwohl ruft das Argwohn hervor wenn schon bei der politischen Anbahnung so viel Sand im Getriebe ist dass eine Hängepartie unvermeidlich erscheint Erst zu Jahresanfang hatte Paus die Eckpunkte der Reform vorgelegt Weil dann das große Gezeter einsetzte vorneweg mit Linden als mahnendem Kassenwart forderte vor drei Wochen das Saarland mit einer Bundesratsinitiative mehr Tempo von der Bundesregierung Der Appell, schnellstmöglich einen Referentenentwurf vorzulegen und mit dem Gesetzgebungsverfahren dann umgehend zu beginnen fand indes keine Mehrheit Selbst SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprang der FDP zur Seite Ohne Geld wird es nicht gehen Aber wenn wir Begeisterung für die Kindergrundsicherung wecken wollen sollten wir nun nicht von Milliardenbeträgen sprechen Wovon sonst? Sollen mehr Kinder ihre Ansprüche einlösen als heute wird das ohne Frage teuer Dazu kommt noch der erklärte Wille gerade benachteiligte Familien mit steigenden Zuwendungen zu bedenken Nach einem Zwei-Säulen-Modell soll es einen fixen Garantiebetrag für alle Kinder geben mindestens in der Höhe des heutigen Kindergelds sowie einen flexiblen, einkommensabhängigen Zusatzbetrag Umfassen soll dieser neben einer Kinderwohnkostenpauschale unter anderem ein deutlich aufgewertetes Paket für Bildung und Teilhabe wobei bei all dem gelten müsse wer wenig hat, bekommt mehr Paus von den Grünen beziffert das Finanzvolumen mit 12 Milliarden Euro wogegen sich Lindner sperrt Man bedenke, wofür beim Bund sonst das Geld locker sitzt für die Aufrüstung der Bundeswehr für zweifelhafte Impfstoffe und Schutzmasken, die in Lagern verrotten und wenn mal eine Bank wackelt, laufen 12 Milliarden Euro unter Peanuts Bei Kindern denken die Regierenden kleinlicher Der FDP-Chef hält lediglich eine Vereinfachung der Förderung bei gleichbleibender Leistungshöhe für möglich und verweist auf die gerade erst erfolgten Draufgaben beim Kindergeld und Kinderzuschlag Und natürlich ist dem FDP-Chef die Digitalisierung ein Herzensanliegen Die hätte einen unglaublich großen Nutzen und würde mehrere Milliarden Euro zusätzlich an Hilfen für Familien auslösen Scholz schweigt lauthals Gesagt hat er das am Mittwoch als die Medien unisono verkündeten die Kindergrundsicherung werde kommen Zwar gebe es noch Differenzen er sei aber sicher, dass das Projekt realisiert werde Davon hänge auch die Glaubwürdigkeit der Regierung ab befand am selben Tag Paus Es gibt eine riesige Unterstützung für das Vorhaben in der Bevölkerung und deswegen bin ich sicher, wir werden das schaffen Fragt sich bloß wann und in welcher Form Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken wusste schon Anfang April dass sich eine wesentliche Erhöhung der Leistungen erledigt habe wie damals Tagesschau.de schrieb um tags drauf zu titeln Das Schweigen von Scholz ist dröhnend laut Vom Kanzler ist bis dato in der Tat noch kein flammendes Bekenntnis zu dem Vorhaben überliefert Sind ihm durch irgendetwas die Hände gebunden oder plagen ihn in der Angelegenheit auch Erinnerungslücken? Derweil versuchen es Sozialverbände und Gewerkschaften mit Appellen Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB hatte bereits 2020 ein eigenes Modell vorgelegt Eine gute Kindergrundsicherung muss aber Kinder so ausstatten dass ein gutes Aufwachsen, Lernerfolge und Chancengleichheit möglich sind äußerte sich zuletzt Bundesvorstandsmitglied Anja Piel Das ist eben nicht aus der Portokasse zu finanzieren Ihr Rezept? Indem große Vermögen und sehr hohe Einkommen für solche gesamtgesellschaftlichen Aufgaben endlich stärker herangezogen werden Mit Christian Lindner? Mit Olaf Scholz? Kann man vergessen Dieses Audio konnte nur entstehen weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Klänge Schmerz 8rand 10t Vielen Dank.